Hallo, ich bin Manuel Nau von AMF und heute präsentiere ich Ihnen diesen modularen Schraubbock. Flexibel und modular aufgebaut, sichert er große und mittelgroße Bauteile auf T-Nuten oder Rasterplatten. Einzelne Elemente werden dafür ganz einfach bis zur gewünschten Höhe aufeinander gesteckt. Um Ihnen die Modularität am besten zu zeigen, schauen wir uns diese Grafik an. Die Fußelemente werden mittels Gewinderadapter flexibel auf einer Lochrasterplatte oder einer T-Nutenplatte befestigt. Zwischenelemente in unterschiedlicher Höhe ermöglichen einen flexiblen Höhenaufbau. Die Feinjustierung an die Werkstückhöhe erfolgt mit den Schraubbock-Elementen. Clever kombiniert erreichen Sie eine maximale Stützhöhe von 1620 Millimeter und eine Stützkraft von 60 Kilo Newton. Und wie einfach das geht, zeige ich Ihnen jetzt in der Anwendung. Wir beginnen mit dem Fußelement. Das Fußelement wird mittels Gewinderadapter in der T-Nut befestigt. Durch das Montagewerkzeug können die Einzelelemente sicher befestigt werden. Die einzelnen Elemente werden aufgesteckt und mittels eines Gewinderings prozesssicher miteinander verbunden. Dabei sind die Verbindungsstellen ideal gegen Schmutz und Späne geschützt. Durch die Kombination verschiedener Elemente erreichen Sie eine maximale Stützhöhe von 1,62 Meter. Die Demontage der Elemente erfolgt genauso einfach und schnell. Den Abschluss bildet das Schraubbock-Element. Mittels Trapezgewinde wird der Schraubbock nun an die benötigte Stützhöhe angepasst und durch die Gegenmutter gesichert. Eine maximale Stützkraft von 60 Kilo Newton sorgt für einen sicheren Halt Ihres Werkstücks. Bei diesem Aufbau kommt ein weiteres Fußelement zum Einsatz, das variabel verschiebbar auf einer T-Noten- oder Rasterplatte positioniert werden kann. Des Weiteren bieten wir ein Abstützelement mit Feingewinde an. Horizontal oder auch vertikal eingesetzt, dient es als zusätzlicher Auflagepunkt, um das Durchbiegen und Vibrieren des Werkstücks zu verhindern. Es kann mit den entsprechenden Zwischenelementen bis zu einer Auflagehöhe von 330 Millimetern feinfühlig unter Last verstellt werden. Optional aufsetzbare ballige, glatte oder 3-Punkt-Magnetauflagen gleichen Unebenheiten des Werkstücks aus. Wie einfach unser Schraubbock funktioniert, das haben Sie nun gesehen. Durch den modularen Aufbau werden Sie flexibler denn je. Ihre Lagerhaltung wird deutlich optimiert und Ihre Rüstzeit wird reduziert. Das Vorhalten mehrerer Schraubböcke in unterschiedlichen Stützhöhnen gehört ab sofort der Vergangenheit an. Überzeuglich ein durchdachtes Design, welches übrigens 2020 mit dem Designpreis Focus Open prämiert wurde und einer enorm hohen Fertigungsqualität. Sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bis zum nächsten Mal.